§ 5721 Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit Was geht Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage Willkommen zu einem neuen Live Commentary von mir Und ich muss sagen ich habe bis jetzt das Spiel nur durchgesuchtet Weil es wirklich so sehr Spaß macht Ich bereue wirklich keinen Cent es ausgeben zu haben Ich habe nämlich auf 3 Plattformen und ich bereue es gar nicht Das ist wirklich ein geniales Spiel und deswegen würde ich sagen viel Spaß beim Live Commentary So wir schauen auf der Map Tremor oder Tremor oder wie auch immer Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher was für eine das ist Sag mal kenn ich die eigentlich? Ach ich weiß nicht auf jeden Fall habe ich jetzt die neue Map Freefall Die habe ich auch mal sehen vielleicht kommt die irgendwann Und demnächst sollte die auf jeden Fall kommen die spielt den Weltraum Und da viele von euch wissen ich mag den Weltraum und so weiter und so fort Ich interessiere mich so dafür Freue ich mich einfach diese Map zu haben Und die hat mir Jojo geschenkt also danke dafür Und jetzt hoffentlich geht es los Da kann ich euch glaube ich gleich mal in Klasse zeigen Meine Lieblingswaffe vor allem mit der ich immer spiele Ne lass mich noch einen Schluck nehmen Und zwar spiele ich mit der Vector Und ähm Ich habe mal die Magnum in Akimbo versucht Und ich muss sagen Ich sollte euch keine Tipps geben Nicht Spaß ich muss ehrlich gestehen ich bin eigentlich relativ gut in dem Spiel Also das Spiel ist jetzt auch Natürlich es ist schon relativ schwer Aber ähm Gut ich beende das Spiel meistens mit so einer 3 AKD oder so Und da läuft schon der erste Ich weiß nicht das ist Sniper Ja das ist Sniper war ja klar Okay die haben wir geholt Wasser kämpfen hier noch mehr Keiner mehr Okay Ich finde Hier wird echt extrem gecampt Irgendwie kann man das auch zum Teil verstehen Aber ich meine wenn so ein Camper dann im Haus kämpft Und man irgendwie Ähm Man wird immer von dem einfach gekillt Keine Ahnung Der killt dich so schnell Alter unglaublich Einfach unglaublich Ah da ist der nächste Ah Ja den haben wir geholt Vor allem das Sliden das wollte ich auch erwähnen Extrem geil Ah geslidet Ah Den Koffer Was der macht werde ich euch in einem Commentary erzählen Das ist extrem geil Ich finde das Wirklich äh Sehr sehr geil Ähm Ist einfach sowas extrem geiles für nebenbei Sag ich einfach mal so Und man kriegt auch einen guten Bonus und so Gut das kann ich euch jetzt auch sagen Und zwar wenn ihr den aufhebt Dann ähm Müsst ihr ein etwas ähm Kriegt ihr eine Aufgabe Wenn ihr die erfüllt Kriegt ihr einen Kriegt ihr Vordräte Und ich hab Set kommen hier Vielleicht sollte ich die Ne keine gute Idee Kommt gleich ein Gegner wahrscheinlich Ja da kommt gleich ein Gegner Von hier Oder auch nicht Wo bist du Wo bist du Hallo Meine Stimme hört sich ein bisschen komisch an heute Der kämpft in der Ecke Nein Oh scheiße Wachhund habe ich bekommen Den finde ich ziemlich nutzlos Muss ich sagen Oh Ah Das war ziemlich knapp Und das Spawnsystem Das gefällt mir jetzt auch nicht so sehr Muss ich sagen Also manchmal Spawne Ich hab beide gleich geholt Was mich extrem outen pisst Dann lasste ich immer übel aus Aber ähm Das ist in Ordnung Ich vergebe dem Spiel Und dieses Hardcom ne Ich verstehe das halt irgendwie nicht Keine Ahnung Alter Ich meine Das ist ja sowas wie eine UEV Aber ich verstehe das irgendwie nicht Keine Ahnung Wo sind die denn Wo sind die denn Wo sind die denn Wo sind denn alle Alter Hallo Da ist er So die haben die geholt Kommt schon Ich will die wenigstens eine 10er killstreak haben Oh da kommt ein Hunde Na los Hund Sein hin Komm mach wenigstens ein Kill Alter Sei wenigstens ein bisschen nützlich Alter Wer geht Der Ohne Scheiß der Wachhund ist so schlecht Haha Der Wachhund ist extrem schlecht Ja den hab ich gehört Wegen dem geilen Soundsystem Oder Schritte System Oder wie auch immer So wo sind die jetzt alle Komm schon die müssen doch hier oben campen Was ist denn los bei denen Ihr Wichs Oh da hör ich etwas Oder Ne da hör ich nichts Doch jetzt Von rechts Hm Gott ist Ist das schwer herauszufinden wo die Oh ich dachte das war ein Dings da Wo ist der Ja der ist hier Habt den Alles gut Leute Keine Panik Haltet bitte alles schön steif Jetzt spawnen die da Die holen wir auch weg Hallo 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 Ja Ja Hunde ist schon wieder Ja Hunde sind ziemlich nutzlos wie gesagt Ich freu mich eigentlich nicht so über Hunde Nehme ich auch gleich weg den Killstreak Und jetzt Jetzt spawnen die wieder da hinten oder was Ja 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 Hund gut gemacht Ich bin sehr stolz auf dich Kriegst ein Kriegst ein Knochen alter Kannst dich irgendeinen Gegner aussuchen Den du aufessen willst Haha Komm schon ich will Juggernaut haben Noch drei Kills Oder ja noch drei Kills Hab leider Wachhund wurde getötet Das heißt er muss hier irgendwo sein Ah scheiße verdammt Was habe ich für einen Score 12 zu 2 bis jetzt Das Spiel schon ungefähr zur Hälfte vorbei Scheiße alter Aha Verdammt alter Hör auf zu campen Junge Hör auf zu campen Was ist denn bei dir los alter Halt Wille Ich werte der kennt nicht mal die Map alter Ich meine ich kenn die auch noch nicht perfekt aber Wenn ich die noch nicht perfekt kenne und ich die erste zu rumrusha alter Dann kennt er die mit Sicherheit auch nicht alter Oracle Was ist das Okay ich glaube jemand campt hier im Haus Oder Nein Der habe ich nicht gesehen Und wo kam der an alter Also ich muss Kennen die Map auch noch nicht so perfekt Aber es geht mit Es geht schon ein bisschen Na Na Ja Na 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 Haha Scheiße Also stop einfach stop einfach stop einfach Na Scheiße alter Ich will den killen Oh ja Hier ist der Koffer Schleiden Und Niemand da Erreichten sie einen Abschluss mit Sprengstoff oder Ähm Gut dann hoffen wir auf gut Glück Ah Verdammtes Scheiße alter Wäre das geil gewesen Das wäre richtig geil gewesen Hätte ich das jetzt bekommen alter Ich werde so geschrien alter Okay habe ich auch so Was machst du da digger Ist das dein ernst alter Ha Verdammtes Scheiße Jetzt kann er den Koffer aufheben Immer der der den Koffer hat der Der lässt ihn halt dann ne Wieder fallen wenn er stirbt Wo sind die Wo sind die wo sind die Ja hier ist er Ja in der Gesicht Aus der Hüfte schießen ist auch extrem geil Deswegen empfehle ich hier eine Steady Aim So Hier habe ich Auf der Karte Die Karte mag ich nicht so Auch wenn die natürlich etwas neu ist Aber die gefällt mir nicht so Aber ich möchte immer dass ich Geschmackssache und Dass ich jetzt kein Grund um das Spiel um mich schlecht zu machen muss ich sagen Achso Mir gefällt sie einfach nicht Die ist für mich ein bisschen zu Oh Oh Habe ich mich erschreckt Haha Scheiße alter Habe ich mich erschreckt alter Boah Ich hätte alles erwartet ne Dass zehn Gegner kommen bei den Winger Aber ich hätte den Hund niemals erwartet Vor allem bei mir habe ich mal das Gefühl er macht ja keine Kills bei mir Und der war schlecht Er mag anscheinend das fliegen Keine Sorge digger Aber wenn du fliegen magst dann Ja flieg Ins Weltall Okay der ist hier lang gelaufen Ich habe ich geholt Ah Wo Wo sind die denn jetzt Hallo Wo seid ihr Huh Huh Okay Ja hier müssen die sein Immer da wo keine Teammates sind Merkt euch das einfach Immer da wo keine Teammates sind sind Gegner Hier müssen die sein Müssen Komm schon Ah ich gehe ins Haus sein Wieso gehe ich einfach nicht ins Haus sein Das kämpfen die doch immer alter Fuck alter Das habe ich nicht erwartet Was ich stehe ich 226 Eieieiei Oh wir verlieren Nein Teammates Nein Verkaffte Scheiße alter Teamate Ich habe keine Schuld Solange ihr positiv seid Müsst ihr euch merken Habt ihr keine Schuld bei euer Team verliert Oh da kommt wieder ein Gegner Ah Ja 228 Ach Scheiße alter Ich hätte echt nicht besser das tun können Ich hätte schon dieses Juggernaut bekommen können Ne wie heißt es keine Ahnung wie das heißt Ähm Aber war eben bloß noch ein relativ gutes Spiel Obwohl 228 ist nicht der beste Scores Aber meine Teammates haben halt alles ziemlich verschissen Hier 7 zu 17 7 zu 12 10 zu 16 Ah Und die Gegner waren halt einfach besser Wir haben dieses Mal verloren Man verliert auch Ich verliere sehr sehr ungern Aber Ist okay Ist okay Und ich bedanke mich für's zu Ende schauen Lass jetzt den Daumen nach oben da Dann mache ich mehr davon Und ähm Ja Ich freue mich euch das nächste Mal zu sehen Abonniere jetzt meinen Kanal für besseren Sex Und dann sage ich nur noch 3 2 1 Tschau 2 2 3 3 4 4 5 5